Christina Henni gibt nach der Geburt ihrer Tochter ein Postpartum-Update, mit einem ersten Bild vom After-Baby-Body. Christina Henni und ihr Mann Luca genießen derzeit die ersten gemeinsamen Tage mit ihrer Tochter, die kürzlich zur Welt gekommen ist. Während sich die Tänzerin zunächst mit Updates zurückgehalten hat und auch eine kleine Social-Media-Pause eingelegt hat, gibt es nun Stück für Stück mehr Informationen zum neuen Familienalltag. Christina Henni zeigt After-Baby-Body, so berichteten Christina und Luca in ihrem Podcast über die Geburt und die ersten Tage im Wochenbett. Es ist holprig, wunderschön, aber man kommt mental und körperlich an seine Grenzen, resümierte der Let's Dance-Star die neue Erfahrung. Genauere Details können die Fans aber nicht erwarten, einen Geburtsbericht werde es nicht geben, stellte die 34-Jährige bei Instagram klar. Und auch den Baby-Namen werden die Hennis wohl nicht mit der Öffentlichkeit teilen, wie die frischgebackene Mama andeutete. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem in Zukunft regelmäßige und besonders ehrliche Updates geben wird. Denn in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass Christina Henni in Sachen Schwangerschaft und Erziehung eine klare Meinung hat, die sie auch teilt. Viel diskutiert wird auch oft der After-Baby-Body von Frauen. Die gesellschaftliche Erwartung, nach einer langen Schwangerschaft und einer herausfordernden Geburt wieder zum vorherigen Aussehen zurückzukehren, ist noch immer riesig. Doch in den letzten Jahren hat sich zum Glück einiges verändert. Mütter gehen entspannter mit dem Körperdruck um und kritisieren ganz deutlich das Idealbild, das jahrzehntelang aufrechterhalten wurde. Christina Henni Ich lasse mir da wirklich Zeit. Auch Christina Henni zeigt sich nach ihrer Entbindung völlig entspannt und zeigt ihren realistischen After-Baby-Body, wie sie selbst in ihrer Instagram-Story betont. Die ersten Kilos seien schon runter, erklärt der TV-Star weiter und zeigt, wie der Baby-Bauch schon jetzt deutlich geschrumpft ist. Etwas Bauch sei zwar noch da, aber ich lasse mir da wirklich Zeit. Ich genieße gerade ganz andere Sachen, stellt sie klar. Es interessiere sie überhaupt nicht, so Christina Henni. Eine super Einstellung, die andere Mütter sicherlich teilen werden. Eine super Einstellung, die andere Mütter sicherlich sind, die andere Mütter sicherlich ist. Und das ist die Mütter, die andere Mütter sich nicht mehr an der Mütter-Beit-Beit-Body. Vielen Dank.